Wir schnitten, jetzt geht's los, ihr Bloody Trappland, 100 Abonnenten-Special und so. Wir gucken erstmal, ob irgendein Server online ist. So wie immer wird es sein. Drück mal. Zwei mal A. Ich bin Player 1. Ich bin Player 1. Okay, kein Server online. So wie immer. Das ist nämlich immer so der Fall, weil das Spiel niemand spielt. Ich verstehe es nicht. Wir machen erstmal den Classical. Adventure, okay. Oh nein, 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 wollte ich nicht. So. Ähm. Wie scheiße sieht der denn aus? Soll ich Picky nehmen? Nein. Ich nehm den. Der sieht einfach cool aus. So. So, starten wir ganz vorne? Ja, ich hab's noch nie gespielt. Starten wir ganz vorne. Ich hab's ja schon bis zu den Icelands durchgespielt. Okay. Okay. Ah, lol. Ja, sorry. Das ist manchmal so, wenn man die Trapps aufnimmt. Ah, nein! Alter, mit dem Gamefet ist das total toll. Scheiße. Naja, also so schwer ist es mit dem Gamefet nicht. Alter. Ja, okay. Ich muss mich erst mal dran gewöhnen. Aber ich, ja, ich bin eh voll. Du kannst halt slightly jumpen. Wenn du einmal ganz kurz drückst, ähm. Nein! Es springt ja nicht so hoch wie beim Handeln. Verdammt! Alter, ist ja schlimm. Kann man das nicht mit der Tastatur machen? Als zweiter Spieler? So, auf WASD oder so? Jetzt... Nicht das... Boah, guck doch mal an! Da ist die Steuerung voll scheiße mit! Ja, okay, dann spiel ich eben. So, jetzt ist der dann ja an der Tastatur. Also, jetzt wird es wahrscheinlich alles ein bisschen schwieriger. Jetzt bin ich grün. Also, das Level werde ich ja wohl auch noch schaffen. Ähm, es ist halt nur so, dass es wirklich... Äh, okay, ich muss mich einfach an den Controller gewöhnen. Okay, okay, ja. Aber es ist wirklich nicht so schwer. Der Controller. Nein! Richtig klassisch mit zwei Händen an den Pfeiltasten. Oh, wie süß! So wie das man damals so, wenn man drei Jahre alt... Loll. Ja, hab ich... Ich bin auch sehr zurückgegangen. Hab ich... Ich weiß schon, wie das enden wird. Fuck. Ah! Was ist das nur? Na, jetzt musst du da drüber. Vielleicht der schlechteste Bloody Trap-Talance-Spieler überhaupt. Äh, wir müssen halt gucken, wie das mit dem Sound hinhaut. Ja, wir haben das jetzt irgendwie so improvisorisch gemacht. Mama, Mama, ja. Wir kacken schon! Kackes? Nein! Kackes. Da kann man ja gar nicht... Was ist denn? Kann gar nicht sein, wir haben gerade eine Test-Off-Mail gemacht. Ne, ne, das passt schon. Wir gucken nach dem Level mal, ob ich überhaupt aufnehme den Tod. Oh, no, 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 no! Das stimmt. Da musst du zurückgehen. Also nicht von der Farce getroffen werden, Daniel. Ha, ha, ha! Oh, danke. Oh, okay, ich hab's geschafft. Hast du es geschafft, oder hab ich es geschafft? I don't know, I don't care. I don't give a fuck. Weil ich sagen muss, dass... Oh, oh. Nein! Scheiße. Ich hab mich gerade stolz gefühlt. Wieso geh ich zurück? Weil ich sagen muss, ja, ich hab das Spiel ja nur auf Tastatur gespielt. Haha, wieder da die Rage, Dad. Haha, ich hab's nur auf Tastatur gespielt, deshalb bin ich wahrscheinlich gleich in den späteren Levels, wo es dann anspruchsvoll wird. Und dann können wir, ja, okay, aber das Tastatur ist schon besser als Gamepad. Warte, ich war nicht so alt. Das war ein Leck, das war ein Leck, Mann. Ich hab's gesehen, ja. Das ist halt, wenn man mit Flaps aufnimmt und die Fastplotisch nur noch 200 GB hat. Boah, komm. Nein. Nein! Nein! Mann, der Stuhl ist scheiße. Wollen wir mal wieder wechseln? Ne, ne. Ist schon okay. Ich sitze hier Marius-Style auf dem Fuß, das so. Alter, Vater, was ist denn da los? Ich durfte mich mal ein paar Videos löschen. What the fuck? Oh, ho, ho, ho. Alter, ich würd' mal sagen, die Festplatte ist voll. Wir gucken jetzt mal nach und, äh, du löscht einfach ein bisschen Bullshit bis später. Ja, ich weiß, es sind wieder 60 FPS, trotzdem mal kurz Pause. Ne, gleich wie Komma. Ja, jetzt schmatze ich auch mal so in das Mikro rein. Na, okay. Na, komm erst mal nach da, dann kannst du weiter scherpflächen. Dann muss ich erst mal wieder reinkommen, okay? Warte mal, ich mein nicht. Ja, genau wie das Warnspielen, genauso unsinnig. Jetzt mach ich ernst. Kennst du das noch? Ja, wieso ich erst? Ey, das war jetzt aber ein unverdienter Tod. Boah, wer, wer, wer spiel, boah. Weil ich mich fast getötet hab. Boah, das ist so easy, wa? Au, leck. Alter Vater, hier kann man ja gar nicht von der Fest sterben. Der hier wieder, das ist ja wie bei Slender, wenn du dieses Spiels kam, äh, spielst du ver- Ich hab dich nicht gesehen. Du verkrampfst ja voll vom Monitor wieder. Ja, ich... Ich glaub, das ist immer, wenn er bei mir zackt. Kann sein. Kann sein. Oh, verdammt! Du hast dich geschafft, oh. Ich zeig dir jetzt mal was. Da ist ein Easter Egg. Läubt. Ah, beziehungsweise da ist ein zweiter Raum. Ein... Das wissen viele nicht. Okay. Interessant. Ach so, ganz einfach. Nur ganz kurz drücken. Ah, kacke, mein Finger ist zu kalt. Ich hasse das. Mau. Ja. LOL. MAN! Ich... Hast du das mit dem Controller? Alter, mein Daumen ist voll angefroren. Damit kann man noch nie kurz drücken. Äh. Fuck. Okay. Komm schon. Nein! Ja komm, geh hoch. Komm. Nein! Mhm. Ich hasse Lava. Mhm. Doch, ich hasse Lava. Mhm. Oh, verdammt! Du magst Sägen nicht. Es sind immer die Sägen. Oh! Oh! Ach so. Und nicht noch ein. Nein! Nein! Haha! Haha! Ah, das läuft doch noch voll easy peasy. Fuck! Hahaha! Ich hab nur drauf gewartet. Scheiße! Ich war da auch schon durch. Ich sag nur Kanonen und Sägen. Die perfekte Kombination. Kanonen setzen dich unter Zeitdruck und die Sägen... Nein! Nein! Wieso? Wärst du später gesprungen und hättest es überlebt. Ja, ich weiß! Ich... Ich bin aber nicht so... Ja, mach. Nö. Guck, ich kann nicht. Oh, doch, kann nicht. Doch, kannst du. Okay. Okay. Like that game. Nein! Boah! Das war jetzt leck. Das soll jetzt voll leck. Hm. Dann müssen wir mal deinen Daumen wieder heiß kriegen. Das ist schlimm. Ihr kennt das gar nicht, wenn ihr in so einem kaltes Zimmer lebt. So. So. Jetzt. Nein! Ja! Ja! Wollte ich noch töten, aber naja. Okay. Boah! Dann kann ich nicht alt haben. Ich hab's geschafft. Nein! Au! Au! Nein! Au! Alter, wie du schon am Schall bist, ey! Das ist doch noch voll das... Easy Level, ey! Alter! Was witziger ist, bei dir ist das so, ich kann das ganze Level machen und du wirst trotzdem nicht bemerken, welche Fallen es noch alle gibt. Ja, weil ich viel zu fokussiert bin. Mhm. Das ist immer so. Und dann kommst du endlich weiter, als du normalerweise kommst, weil das schon so einstudiert hast. Und dann... Was ist das? Nix. Ernsthaft? Ja, das ist einfach nur Textur an der Wangen. Hier wolltest du eine Eckkanone abgeschossen. Ja, ich weiß. Ähm... Komm, welche Falle gibt's da noch? Bitte sag mir! Ja. Keine. Keine, die man nicht sehen kann. Hahaha. Also ich muss erst da drauf und dann... Oh, okay. Hahaha. Hahaha. Ich liebe dieses Spiel. Hahaha. Der mit den Fingern am rumrappeln ist da. Boah! Ja, ich hab's... Dude, jetzt ist mich nicht so auslaut. Oh, lol. Oh, sorry. Das ist mein Handy. Ah, okay. Ah, nein, scheiße. Au! Boah, ja! Das war da noch ein Geheimerraum? Ne, ne. Da kommt man sonst her, wenn man den anderen weggeht. Ah, okay. Fuck. Nein. Nein! Nein! Ding, der Strike-Spin. Erster Dumpf ist doch ganz einfach. Würde du jetzt schon so Probleme hast... Dumpf. Kann ich dich beruhigen. Dann wirst du nicht mal in die Desert kommen. Leck! Doch nicht. Okay. Oh Gott. Scheiße. Putzer. Okay, komm. Oder der gute... Nein! Oder der gute alte WIRD schon-Witz. Boah, das war jetzt aber fies. Wieso leckt das verdammte Spiel aus? Das ist einfach so. Weil die... Einige Spiele... einen trollen wollen, ne? Ne, das ist halt, wenn die Performance von einem Spiel nicht ausbalanciert ist, dann... Und dann... Ohne Opti-Files und dann Adventure-Apps-Spiel zum Denkst du genau dasselbe. Warum Leck ist zwischendurch? Okay, okay. Das war einfach ein kurzer Ruckler und dann fällt es runter. Das ist einfach nur so zum Treuen. So, okay. Dann installiert zu Opti-Files und dann... Boah. Finally I made it, bros. Nein. Nein. Da oben gibt's auch noch einen Weg, aber dann bin ich noch nie lange gekommen. Dann müsste es so sein. Nein. Und während du jetzt da so springst, muss ich unter dich und du musst dann da hoch. Mach das mal. Kack hier ist. Okay. Ich spring einfach ganz normal wieder. Okay. Ja! Und jetzt da hoch. Okay. Da war ich glaub ich noch nie. Hier war ich noch nie. Nein! Dann hoch. Alter Controller, TuroP sagst du. Peter TuroP. Oh, boah. Hast du gerade gesehen? Mein Mund verzieht sich dabei. Weil das musst du mal gucken. Das ist sicher richtig. Komm. Jetzt geh doch runter du Arschloch. Faust. Ist das da oben leichter? Ich weiß es nicht. Je nachdem. Das ist wohl gerade ein besonders harter Fall vom Bullshit. Ja, in der Zeit kann man hier mal... Hm. Achso. Oh, scheiße. Das Spiel ist so kacke. Wie der hier abgeht, ey. Der hat ja voll den epileptischen Anfall. Hm. 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 Kein Kacke. Das Spiel ist klasse, ne? Ja, sehr. Wtf. Wtf? Wtf? Nein! Alter, mein Kopf ist jetzt schon ganz heiß. Aber komm. Hjots, hier habe ich auch durchgezogen. Bis zu einer bestimmten Stelle. Wo ich dann durch die Luft geflogen bin wegen irgendeinem... Wo bist du nach oben? Nein! Das war knapp, Daniel. Du hast es fast gehabt. Nein, ich habe es nicht. Du hast es fast gehabt. Das ist so krass. wirklich. I don't... Peeripi and Cryle. Bloody Traplands. Must watch. Das ist so genial. Yes! Yes! Okay, danke. Nein! Eigentlich kommt man nicht unten rechts raus. Boah! Like im... WTF? Was war das von mir? Alter, eigentlich... Alter, zieht euch das rein. Ich weiß. Eigentlich habe ich da damals voll lange für gebraucht, um zu gehen. Ich würde sagen, ich bin doch nicht so der Kack. Zweiter Versuch, würde ich sagen. Ja, Daniel, mach's besser. Gefailed. Woher musst du's? Woher musst du's? Woher musst du's? Zwischen die Spikes. Na, kommt der nächste Witz. Fuck. Woher denn, Bro? Ich wusste nicht, dass die so schnell nachladen kann. Nein! Okay. Ich bin der Mordetro hängt, ähm. Nein! Boah, doppel, doppel ab. Hm. Wenn ich jetzt nicht drunter bin, erstmal nachdenken. Erstmal nachdenken. So, jetzt einfach hoch. Nein! Ja, immer da. Da. Wie, wie soll ich das machen? So, wie ihr es gemacht habt. Also, du's einfach. Beides. Wuh, wuh! Na, du musst erstmal stehen, und dann springen, und dann rechts, ne? You almost had it! Du musst den großen Sprung machen, nicht den kleinen. Okay. Okay. Ah! Oh! Yes! Nein, was soll ich jetzt machen? Springen. Nein! Ich hab doch gesagt, springen. Oh, das war jetzt ein fieser Leck. Oh! Springen! Nein! Fuck! Wie undynamisch er ist, dann bin ich ja mit Gamepad noch besser. Und jetzt? Ah! Ja, durch! Nein! Ich weiß auch nicht, wie man es macht. Okay. Jetzt einfach weiter. Ah, danke. Nein, das ist witzig im Singleplayer. Boah, das war jetzt aber echt fies, Peter. Also, das ist im Singleplayer echt mega mies. Ah! Kack hier. Kack jetzt. Nein! Nein! Du bist der Haar. Du bist der Haar. Mann, Tritt der Bein Tisch, ey. Für mich ist das ein komplett neues Spiel mit Controller, ey. Das ist so obermalig, man muss da nur den Rhythmus finden und ich hatt's grad gehabt, aber... Wie soll man da rüberkommen? Le Dump Me war zu langsam. Ja, da muss man drüber springen. Genius strikes back. Ich leg den ab. Brauchst du nicht. So doch. Ich komm da nicht mehr hoch. Null. Oh man, der war aber close, würd ich mal sagen. Sag ich dann gleich zu dir, wenn ich oben stehe. Wow, yes! Oh du... Wow, okay. Oh, wo sind wir auch da? Nein, nein! Da hat der Lars die Jahre für gebraucht. Boah, fuck. Äh, ist der Lars denn viel besser als ich, oder? Genau. Genauso scheiße? Okay, wahrscheinlich nicht so scheiße. Er hat halt auf Controller gespielt, ne? Oh lol, das war creepy. Alter Vater, suck das mit Controller war. Ja man. Ah! Und die ganzen Techniken, die ich mir da... Oh, dankeschön. Gerne. Die ich da hatte. Funktionieren ja alle nicht mehr. Nein! Oh nein! Das darf doch nicht wahr sein! Fuck! Genau wie letztes Mal! Ich stand auf der linken Kanone und werde dann noch abgeschossen, ey. Das ist doch so obermartig, weil ich stehen geblieben bin, um nicht dir das Level zu versauen, ey. Komm! Du kannst gerne nächstes Mal... Woah! Fuck! Da hin! Who the fuck? Was ich an allen Leuten, die da spielen, hasse, ist wenn die hier so stundenlang so machen. Ne, dann sollst du stundenlang da auf diesen Kissen rum eiern, ey. Alter, das ist schon kurz mal dranspringen, was ist das? Was ist das? Was ist das? Alter, Alter. Diese Lechse. Okay. Ich gebe mich ein. So. Nein! Oh Gott. Boah! Von allen Seiten laufe ich da auf. Vom beschissensten der beschissenen Moments habe ich natürlich direkt den beschissensten erwischt, ey. Alter! Alter, der verrückt sich hier voll vor meinem Monitor. Irgendwann schlägt der noch da durch, ey. Das ist ja nicht mehr normal. Nein! Du gehst immer so ab, wenn du mit mir Spiele spielst. Kann sein. Er liegt ja schnell an deiner Aufstrahlung. Alter, wird er wieder hier am rumragen? Das, ey. Okay, ich lass den Tastatron rum. Boah! Alter, das ist doch so ne Obermale, ey. Das Level! Ah! Boah! Das regt er jetzt schon total auf. Nein! Boah, bitte nicht. Nein! Bitte nicht! Fuck! Boah, Leute! Nein! Boah, hast du gesehen, wie weit? Ja, ich war schon durch. Ja, ich war schon durch. Du warst schon durch. Ja, war schon. Nein! Nein! Komm, hau ab! Komm, hau ab! Nein! 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 Okay. you almost had it okay jetzt weiß ich aber auch taktik okay aber ich weiß jetzt wie ich es hier schaffe das ist einer der spiele die man wahrscheinlich wirklich nur 15 minuten am stück spielen sollte weil man sonst epileptische Anfälle davon bekommt meine Finger rein ich bin schon voll im Zittern okay jetzt kann ich aber nein ich hab das gedrückt ich hab es gedrückt ähm ich war schon noch am Leben, Daniel. Gucken. Scheiß Legs, man. Gucken. Das ist ganz so ekelig so. Pass auf. Geht mal ganz nah an die Boxen. Gucken. Nein! Mann, die sind so fies! Danke. Oh ja, da hatte ich viel Spaß mit dem Blasen. Leute, hab ich da nicht gesehen. Hey, lass mich runter. Nein, oh. Ne, oh. Weiter. Schnell! Aber knapp, Daniel. Alter Vater, jetzt. Jetzt schreie ich gleich. Nein! Wie abgefickt ist das Level denn bitte mit Controller? Nein! Ich sag es dir. Gib mir einmal die Tastatur. Ich mach das instant. Ist das denn jetzt was? Ja? Ich mach. Seidig? Ich bin immer noch der Grüne. Ja? Ach. Ich war immer der... Ich war immer der Rote. Leuch, warte. Okay, jetzt. Jetzt, meine Damen und Herren, mit Ansage. Nein! Ah, knapp. Nein, war close. Nein! Ja, ich hatte nicht meine beiden Finger. Ja. Wow. Wow. Wow, was hab ich getan? Das ist doch so madig, ey. Mit Controller ist das kacke. Daniel, sponsierst du mir eine Facecam? Ja. Ne, mach mir mit der anderen. Ist eigentlich genauso. Oder? Donate mal. Boah, ey. Vergiss das. Für eine Facecam donaten. Oh nein, Mann. Das wäre total... Was war's? Ich hab dich tot gekümpft. Warte, hab ich gar nicht mitgekriegt. Nein! Was ist das denn? Er fängt auf einmal an zu kriechen, ey. Das ist doch so eine Made. Ja, die kriechen auch alle rum. Das ist ein Kriecher, ey. Ein Creeper, weißt du? Ah, was hat denn Creepen mit Kriechen zu tun, ey. Creeper heißt doch... Ja, Creeper heißt Kriecher. Alter, was hat er denn in Englisch? Ja, aber... Wo ist... Nein! Ich springe aus der Rekke in die Stacheln, so dummer. Das ist immer die Säge, ich schau dir. Immer die Säge! Don't wanna lift here anymore. Nein, bitte nicht. Nein! Das hängt immer an zu kriechen, wie ich das sehe, wenn du dich so zusammenfaltet, wie so ein Stück Papier, diese... Alter! Alter! Du bist auch nur am rumkriechen, ey! Oh Gott! Au! Es ist immer die Säge. Immer die Säge. Immer die Säge. Und die Stacheln. Und die Sägen. Und die Pistolen. Du bist gerade wieder Lars, ey. Einfach nur rumhocken und sich darüber witzeln machen, wie der andere am sterben ist. Ah, fuck! Alter! Der Bauch tut echt weh bei dem Spiel. Ah! 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 Nein! Das ist immer die Säge! Ah, ich liebe dieses Spiel. Not. Das ist es! Witziger Spöne nicht auch kaufen, dann können wir es online spielen. Ah! Oh, nö! Das finde ich jetzt mal gar nicht so pornös. Mit Tastatur. Mit Tastatur? Ich hab mit Tastatur betrotze von Schätze. Das war knapp. Aber es war die Säge. Ja, war die Säge. Nein, nein! Das ist mir auch schon mehrmals passiert. Ich hab's beim Lars gebracht. Ich fall von oben runter, weil wenn ich das ja mit Tastatur spiele, bin ich da ja übel. Ich fall von oben runter. Lars duckt sich, rollt durch. So episch. Okay. Boah, nö. Boah, langsam werde ich besser spielen, glaube ich. Boah, nö. Ich bin noch gesprungen. Das ist aber die Säge. Ja, ich weiß. Die Säge. Die Säge. Die Stachel. Die Säge. Die Säge. Die Säge. Die Säge. Die Stachel. Die Säge. Die Säge. Die Säge. Ja, das kenn ich doch noch von dir. Und hast du mir noch mal gezeigt. Boah, boah, das war fies. Nein. Ah. Lania hat sich gerade schon beschwert, dass ich alle Level spoilern würde. Nö. Nö, nö. Nur als Begründung, dass du aufhören sollst. Weil das langweilig war. Oh. Genau. Es war also langweilig. Ja, Mann. Ich kann noch nicht verstehen, wie sich das jemand hier angucken würde. Scheiße. Na, okay. Doch, vielleicht. Vielleicht ich selbst. Ich habe einfach nur die epischen Momente nicht gefunden. Ja, ja. Au. Das ist genial gewesen. Boah, verdammt. Ich glaube, ich löscht das. Das ist einfach zu viel Speicherplatz. Mann! 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 Boah, beide auf einmal! Du machst das! Nein! Ich bin schon wieder. Er hat immer so witzig mit den Armen rum. Ah. Wir brauchen echt ein Face Game. Ja. Watt ist doch so gemeint für mich! Ich kann nichts sehen. Stimmt. Ich habe schon wieder... Du siehst du diesen Block da? Irgendwann sieht er so scheiße aus. Der hat ja eigentlich noch einen Smiley, ne? Ja. Ich prophezei, der wird nachher so kackes aussehen. Aber close! Da fängt er mitten in der Luft an zu kriechen, ey! Das ist doch... Nein, bitte nicht! Das gibt es doch nicht! Falsche Landung! Den Blick, den ich gerade drauf hatte, muss ja episch gewesen sein. Ja! Der hat ja einen geilen Mohawk! Nein! Nein! Das ist so episch! Er winkt jedes Mal mit der Hand zum Monitor, wenn er stört. So wie Schüri! Das ist relativ bekannt. Wenn man bei Fußball keine Ahnung hat, was man sagen soll, dann einfach die Stimme einfach tiefer stellen. Dann dieses Ü machen und dann einfach Schüri! Weil dann weiß niemand was gemeint ist und Schüri ist eh immer im Arsch. Boah! Ich war so weit! Du warst noch oft nicht weit! Nein! Ah, Vater, können wir bitte tauschen. Ja, ich will das einfach wieder mit Tassadol spielen. Ich kann das Spiel überhaupt nicht mit Controller. Ich hab's nicht mit Controller. Ja, wir wollen doch, dass du gleich noch Rage quittest und dann Karaoke-Party zocken. Dann bin ich wahrscheinlich nicht mehr geistig nicht mehr in der Lage, Karaoke-Party zu spielen. Mein Faust ist echt bereit. Der ist hier voll am rumzappeln, das ist mega klopi. Ja, keine Ahnung. Ich will meinen ganzen Körper hier einbringen. Boah! Boah! Ja, nein! Das ist der Morgenstern, das ist der Morgenstern! Nein! Scheiße! Alter! Alter! Weil wir gleich... Weil wir die ganze Zeit rumgebrüllt haben, werden unsere Stimmen übel kratzig sein, wenn wir dann singen und dann nur noch... Das ist voll schlimm! Nein! Ich gebe mich mehr und mehr dem Spiel hin. Be right back! Okay! Oh ja! Leider nur für... Oh! Oh Mann! Ist ja schade, dass du nicht auf der Couch sitzen kannst, Daniel, aber... Ja! Alter Vater, so lässt sich's leben, du! War aber close! War aber close, sagst du? Was habe ich denn hier noch? Ein Gürtel? Ich glaube, damit kann man gut schlagen. Ich habe gerade irgendwie so... Hazy, Sir! Nee, ich dachte eigentlich, weil du die ganze Zeit Barber close sagst. Mhhh! Barber close! Ja, besser als du! Überhaupt nicht close, ja. Oh! Oh! Ups! Habe ich mich da gerade auf deinen Kopf gehockt? Boah, ja! Ich habe es geschafft! Not! Nein! Lauf mal weiter! Nein! Oh Mann! Waaann! Oh man! Ich bin schon am heulen, ist hier... Uhhh! EIN! Muss der Daniel weinen? Oh! WASS! Alter Brotter! Oh, sorry! Entschuldigung! Da hast du dich aber auf deinen Kopf gehockt! Ja! O Und dann der Scheiß Enterhaken! Enterhaken, what the f... Guck dir jetzt mal den Smiley an. Auf dem Blog. Sieht dir mit so vornös aus, ne? Weißt du, Daniel, es gibt da ein Problem. Es gibt nur ein Problem. Was? Das Hinhocken. Oh, ich sehe, du bist mitten über dem Stachelblock. Oh, am besten hocke ich mich direkt mal rüber. Wird man ja nicht getroffen, wenn man hockt. Ich war aber klar. Nein! 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 Kannst du was anderes sagen? Nein und mal close sagen. Nein. You almost had it! You almost had it! No, I had not! You almost had it! Das ist so episch. Ah joaah! Ah, ach! Shh.. Hey, homem, Mann! Wie, wie, wie könntest du das spielen ornamentarיכen, Peter. Oh nein! Ich meine, ich war da! Ich bin soh weit, Digger. Ich bin so » wrote«. Ah, das ist genau so richtig. Hacke ist das! Hacke! Nein! Du hast fast gehört! Nein! Daniel! Nein! Du hast mich platt gesessen, sagst du? Du hast Flausch... Ich kann da nicht weiterkommen! Ich kann da mit diesem... Frostflauschige Haare! Nein, ne? Nein! Alter, deine Mom hat flauschige Haare an... ... am Anus! Er macht immer so Schambehaarung am Arsch, ey! So richtig geil, so ums Loch umso... Eher gutes Winterkissen, wenn du so... Das ist so Gesichtsausdruck, den er bringt dabei... Oh, okay! Scheiße! Du musst helfen! Oh, Entschuldigung! Ich hab gar nicht gemerkt, dass ich noch am Leben war! Eigentlich bist du ja immer der, der mich tötet! Ja, so wie gesagt... Papa Klaus! Nein! Ich bin ein fettiger Daumen! Ich rutsche einfach vom Griffel ab! Nein! Mit beiden Händen diesmal saß du! Eine Hand ist nicht genug! Was? Der kommt weiter! Hand aufs Herz! Das ist der Hand auf... Verstehst du? Hand auf das Herz... ...kapp...töten... Ne, versteh ich nicht! Oh, der ist einfach... Woh an, oder? ...fart... Nein, nein! Ja, nein! Nein! Da ist es eins. Nein! 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 Mann! Mit so'n Schuckbruder! Immer dieser Schuck! Das ist so geil! Gebrochen ist der Facecam! Alter, immer diese Kackanonen-Kugel Nein, weiter komm ich einfach nicht! Weil die shootet mich immer um! Nein! Are you fucking serious? Gefiestet! Ah! Scheiße! Oh, war der Witz-Moderne! Oh, yes! Oh, mein erstes Mal da, sagst du? Genau das ist der eben auch! Guck, man sagt sich dann so auf gar keinen Fall jetzt ein Fehler Ja, genau! Und dann läuft man jetzt ja das Beste! Boah! Das war so mein T-Burl! Mann! Es ist immer dieser verkackte Kanonen-Kugel! Gott! Yes! Yes! Okay, du hast das schon mal... Nein! Fuck! Nein! Hast du den weg gesehen? Mann! Du, da ist das einfach die Schatten wieder! Oh, komm! Yes! Ohne Hilfe! So, okay! Scheiße! Nein! Hahaha! Hahaha! Was ist das denn? Hahaha! 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 Ich hab diesen... Hahaha! Beim Lachen gebracht! Ne, dieses geile Ausatmen, weißt du, was das Ganze noch viel witziger macht! Hahaha! Hahaha! Genau den hatte ich gerade gebracht! Hahaha! 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 Früher war ich auch ein Abenteurer wie ihr, aber dann hab ich einen Pfeil ins Gehebel! Oh, als ich in deinem Alter war, war ich schon 40! Ich liebe ihn! BAM! Okay! Ne... NEIN! Pfff! 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 Der braucht ne Facecam! Man! Oh, Daniel! Du hast doch bestimmt noch ein bisschen Geld übrig, oder? Ne, man! Ich hab gar nichts mehr! Pfff! Schade! Ich hab mir für... für 340 Euro... Für 340 Euro Mainboard und Prozessor geholt! Pff! Aber wir können... wir können die Kamera nehmen, wir können... äh, warte! Das ist doch geilste Facecam ever! Wir können, äh, 720p Videos machen! Au! Das war da sein Fuß! Hahaha! Ich dachte gerade, wie kommt er mit seinem Finger hier rein? Das war mein dicker Zeh, mein dicker A, mein dicker A. Boah, Mann! Mann! Scheiße! Irgendwann hat er diese alte Kanonenkugel, ey. You almost had it. No, I did not. Okay. Scheiße! Nein! Wie wir am Zappel sind, ey. Das ist ja nicht mehr normal, was dieses Spiel mit einem macht oder aus einem macht. Oh, Mann! Nein! Nur ein Leck, Peter. Wir haben jetzt... Zeit. Ich würde sagen... Ja, ich würde sagen, das war's für diese Aufnahme. Not. No, ich... Nee. Ich... Ich will das noch weiter machen. Das macht fun. Oh, du kommst durch. Ja, du kommst durch. Nein! Was war das denn, bitte? Keine Ahnung. Alles gleichzeitig? Schlechtes... Das ist es immer, was mich immer tötet. Jedes Mal, wenn ich da bin. Bis auf eben. Die zwei Mal. Oh. Nein! Boah! Nein! 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 Ich bleib da! Bleib da! Okay. Hab ich gerade gay gerülpst? Sexy. Boah! Yes! 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 Hahaha! Fuck! Kann ich nicht durchgehen? Nee, nee. Oder hältst du das doch durch? Alter! Das Problem ist halt, dass ich nicht so links, rechts, oben, unten so schnell hintereinander drücken kann. Deshalb werde ich früher oder später einfach nur failen, ey. Mach's doch mit dir! Nein, das ist ja noch viel schwieriger. Geh durch! Durch sein! Keine Lust mehr! Doch, das ist easy. Ich war zu faul anzustehen. Nein! Wie du immer gegen die Tischkante hämmerst. Ah, scheiße. Ich bin einfach runtergelaufen. Alter, Vater mein... Nein! Alter! Warte mal kurz. Wir gehen jetzt mal einfach ein Level weiter. Weil das Level einfach nicht so spannend ist. Na gut. Okay. Ah, okay. Das ist eigentlich auch Mist. Warte dann. Wir nehmen jetzt was witziges. Das ist spaßig. Oh mir. Scheiße. Nein! Das sollte eigentlich ein Ha-Ha-Ha-Brützer werden, Alter. Wie ich jetzt fünfmal in Folge einfach nur runtergefallen bin. Nein! Fuck. Daniel! Wer hat Lack? Der Dornier! Ich muss so ne Mordewaar Mama Klaus Alter jetzt! Der ist ja so im Krümeln die Sau Der ganze Boden ist schon voll Von seinem offenen Mund und dann Essen Alles blitzbleich Was ist das hier? Und das hier? Ey das war vor 3 Tagen Stimmt not Das ist so kacke Das Level ist doch so einfach Menno Menno Weißt du was wir jetzt gleich spielen? Gleich spielen wir ein richtiges Level Ein richtiges Jetzt spielen wir ein richtiges Level Oh doch Jetzt spielen wir was Vernünftiges So Oh The Desert Icelands Jetzt weißt du was abfacken ist So So Wuuu Nein! Das ist doch so ober Mann! Nein! 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 Ich sag es dir ich hatte die Nein! Nein! Au! Kannst du dir vorstellen Also ich spiel jetzt einfach gar nicht Ich sag jetzt nur ich guck jetzt wie der Daniel sich schlägt Und ich sag dir jetzt mal so Das habe ich ja auch schon geschafft das Level Auch Solo Mit Tastatur natürlich Und ja ich bin ja mal gespannt wie der Daniel sich da jetzt so schlägt Alter du spielst mit? Das Spiel schmeckt die ganze Nacht Das ist einer der Level die du einfach nicht mit von Hörer schaffen kannst du dir erstmal rein Du wirst gleich wissen warum Nein Noll! Und was muss ich da machen? Hier runter bis da unten Und dann kommst du rechts oben raus Rechts oben Da? Na rechts oben Da Da Du musst da durchfallen Dann kommst du da raus Dann kommst du links da raus Und dann fällst du nochmal durch den Tunnel daneben Und dann kommst du da raus Und dann musst du noch ein Slightly Jump Und dann bist du durch Und das ist alles im Free Fall Oh! Entschuldigung Alter Okay ich hör auf Das war knapp Das war geil Das war knapp Das war geil Das war geil You almost had it Endschuldigung Okay dann mach du jetzt mal Dann versuch ich mit dir als halt mit dem Controller Aaaaaahhhhhh Hinschillen saste Oahhhhhh Mit Patrick schlagen saste Halt schon Waren geputzt, hast du? Du warst aber close! What the fuck? Alter! Kack jetzt, warte jetzt! Halt mal kurz da! Mann, ich muss erstmal wieder in den Rhythmus kommen, ey! Ah, nächstes Mal, komm! Ich kann das kaum schaffen, weil irgend so eine Marde immer den Rhythmus verändert, wer ist das wohl? Ah, Mann! Ist doch voll geil mit dem Controller! Hallo! Nerd! What the fuck?! Da! Da, ich! Au! Au! Mann! Dieser Rhythmus, ey! Bist so eine Marde, du warst ja komplett kaputt! Wie er sich da aufm Bett kräuselt und nur am Lachen ist, ey! Was ist das? Nein! Pfff! Pfff! Patrickstar! Ropp! 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 Patrickstar! Ich bin am Ziel, Nod! Ah! Au! Hey! Hahahaha! Wie er sich auch krimmt! Ja! Was? Stell dir mal vor, du fällst hier gerade durch, machst dann gerade den Sprung und in dem Moment hast du ein Leck und stirbst dann da an dem Spike! Dann würde ich so schreien! Mann! Was ist das? Au! Der war aber close! Gah! Hahahaha! Peter! Hahahaha! Voll ins offene Auge! Oh! Tut mir leid! Dann geht's dir wieder gut! Hahahaha! Der ist ja gar nicht schweil, ey! Ähm! Ne, ist er nicht! Wir hören jetzt hier erstmal auf! Nein, Mann! Ach! Erstmal! Das heißt ja nicht, dass wir danach weiterspielen! WTF! Wir hören erst mal auf! Das heißt, es wird danach! Boah! Das hat mir aber nie passiert! Alter! Ja, okay! Ich habe auch noch nie bleibt gespielt! Okay! Ich glaube, man hat davon gerade gar nichts gehört! Okay, wir machen jetzt das Mikro auf Daniel! Okay! Ähm! Scheiße! Warum? Warum willst du aufhören? Ja, okay! Dann, dann, dann... Damit wir im 100 Abonnenten-Special alles dabei haben! Ich hoffe, ihr seid ihr später einen gehalten! Okay! Dann, ähm... Gehalten! Gehalten! Und, ähm... Bis später! Naarh! Naarh! Naack! Naargh! Naargh! Naarh! Naargh! Untertitelung des ZDF, 2020